moin moin meine lieben freunde und willkommen zurück zu einer weiteren folge dark souls für die switch eben von uns immer noch hier in schandstadt und haben uns immer weiter noch ungekämpft und sind jetzt in einem bereich wo es insekten gegner gibt da ist wieder so ein viech da unten sehe ich gerade siehst du schon wieder mit pfeilen auf mich wo geht es denn hier runter ich kann nur runter hüpfen glaube ich wir sehen da hinten schießt er auf mich der ist sitzt dahin wir müssen aber killen auf jeden fall durchgelandet ich bin irgendwo auf dem boden gelandet hier aber ob das viech getötet auch auf dem kopf gelandet ich habe aber gleich wieder hoch weil ich glaube ganz da unten sollten wir gar nicht hin oder gab es noch etwas zu entdecken und nicht so aus so wie man sieht schießt da oben der heini auf mich der gift mischer schnappen uns gleich hast hast oder so welche leute hasse ich doch wollen ja nichts gutes von uns der wandere kaputt zur wandere ganz viel sagen wieder bekommen und diese mücken her ich habe mich jetzt nicht so schön oder hinten liegt auch noch was welchen weg die gehen soll hier links die von dann gekommen in diese richtung was geht hier gar nicht weiter dann müssen wir doch wieder darunter wo ich gerade eben war und dann sind wir dann mal runter noch schon erwartet so ein anderes video und wir gekillt haben gut da ist noch ein fisch nein und nein okay was immer passiert sind vergiftet irgendwie vergiftung wo bin ich denn hier ist hier gar nichts und wieder raus immer schnell was hier kommt noch ein fisch dann reicht es okay mein gott wie viel kommt dann noch diese ganze vergiftet das schießen sie auf mich dann liegt eine leiche müssen wir mal angucken so bin ich jetzt aber ich weiß ich bin nicht viel gift ab ach quatsch ist das wenn ich ins wasser geht doch tatsächlich das ist ein stolzer krieger okay was gibt es bin ich trotzdem dann ist auch noch mal eine leiche wenn ich laufen diesen matsch und nervig mein gott ist das nervig und hier fast gar nicht durch das leuchtfeuer wurde entzündet wir machen nicht viel schaden aber okay guck mal was hier oben ist ja auch irgendwo woanders noch hin das sieht fies nach einer arena aus oder das ist truhe und sobald ich runter ein drachen stein das ist doch super ein drachen stein und die können wir für unser schwert benutzen glaube ich also ich habe schon mal ein drachen stein benutzt deswegen also wir sind soweit gekommen lasst uns das leuchtfeuer mal richtig anzünden damit ich wieder neue flakons bekommen so ja das machen wir jetzt noch mal warum rasten wir so hier können wir auch gleich, wir haben auch ordentlich Seelen wir können auch ein bisschen aufsteigen wohl 9000 machen wir trotzdem ähm Vitalität so da machen wir dann ein bisschen eine Wille hoch Wille wäre auch nicht schlecht wenn wir auf zwölfsten können wir unsere Heilung mal benutzen was machen wir jetzt so wir machen wir die Waffe verstärken wenn wir unser drachenschwert auch hier machen denn wir haben den drachenstein für 10.000 Seelen gut dass ich es gerade nicht verwendet habe ähm machen wir einmal so das ist weg wir können ein bisschen was reparieren hier das Schild hier so und dann können wir noch ja wir können eigentlich mal ich habe doch so viel Seelen gesammelt was wir wieder haben und wir haben Seele eines Kriers nutzen wir alle drei das sind schon 6000 dann haben wir nochmal Seelen des Ritters das ist das 5000 auch nicht schlecht aber noch mehr wenn wir so viel Seelen jetzt große stolze Seele ein nützen wir brauchen jetzt alle Seelen die wir haben wunderbar noch kleineren Seelen immer noch 200 immer noch 200 so und hier war wahrscheinlich mal die den Willen hoch machen so das wollte ich so machen gerade eben schon bestätigen gut und werken wir verstecken wir können wir können die Zauberer innere Kraft da können wir mit machen aufladung und woanders verstehe ich nicht mal zwei rein stimmen so haben wir schon okay gut brauchen wir es aber nicht und wir können das ist was ich ganze Zeit machen wollte ich wollte noch mal kurz eine Menschlichkeit mehr reinballen nimm mal zwei und dann machen wir es mal menschlich und zwar einfach um hier mehr Estos-Blacons zu bekommen so menschliche Gestalt ist da und einfach perfekt so jetzt können wir wieder rausgehen gucken wir mal wo wir landen bin ein bisschen gespannt aber hier sind wir die ganzen Viecher natürlich da müssen wir leben aber geht aber gehen wir diesen Weg auch da macht es schon mehr Schaden an unsere Waffe ne herrlich herrlich noch so ein Viech der kommt da Invasion der Finsternis was ist das denn vollkommen vollkommen die ganzen Viecher da drüben ist noch eine Seele oder irgendein Typ den holen wir uns mal vergiftet vergiftet gar nicht ah ist das denn wer ist das denn was ist das denn was ist das denn Quatsch Finstergeist Wilde Mildred wurde besiegt verbleibende Energie des Finster Gänzt erhalten Menschlichkeit erhalten ok Menschlichkeit 3 Lachtermesser ok keine Ahnung aber ich würde jetzt mal ein Leuchttag geben um die Vergiftung rauszuholen ist immer das wahr ist besiegt so wir gehen jetzt da drüben liegt lag da noch jemand den holen wir uns jetzt aber erstmal dich noch mal killen genau dann gehen wir nochmal rüber wir haben leichte Vergiftung jetzt das Träger hier durchläuft ne sehr sehr ätzend aber wir haben es geschafft da sammeln wir ein großer stolzer Krieger wieder ok wie viel von diesen Mücken gibt es so hinten liegt noch eine Leiche sehe ich gerade die holen wir uns auch noch so oh geht hier ab schackviech noch mal was das ist Leuchtfeuer hier vorne ist gleich natürlich nochmal benutzen würden wir auf jeden Fall oder machen wir nochmal so warum habe ich denn 11 jetzt hier egal weiß ich auch nicht keine Ahnung warum ich hier 11 habe aber meine Geschenken gaul schaut man nicht ins Maul gehen wir einfach mal so hin da kommt noch einer da kommt noch einer so großer stolzer Krieger perfekt ok da gehen wir sie vielleicht rein eieiei der Feuerattacke ist schon ein bisschen nervig aber ich glaube da geht es rein aber die war noch eine Spinne ne doch nicht ich habe doch da jeder ja ein Viechtier gesehen oh gut wir gehen wir hier hoch hoch und dann rum ok das ist ein Fahrschuh ok ich muss sagen wir mal schnell wieder ab hier bist du geht hier runter nicht jetzt hier runter von der Sterbe oh ok ebonyzellenz 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 ah die blöden Mücken die blöden Mücken die blöden Mücken gehen wir ja voll auf dem Senkel hab ich nicht mal jetzt ok ok mein Gott oh hier es gehts irgendwie auf dem Baumwald ja? oh nein da oben sitzt die Sau ok wie kriegen wir den denn? schau mal mal hier noch ein Dekot hin scheint nicht scheiße warte mal da steht ja noch einer, ne? nein so ich bin hier entgegen oh scheiße trinkt was ok vergift sich nicht irgendwie warte warte wenn ich hier drin was da hilft irgendwie gar nichts noch was wenn man was anderes annehmen kann ok ui ui shit ein haben wir wie mal tot aber dann müssen wir den anderen auch noch springen machen wir auch noch mal schnell den kriegen so so haben wir ihn erwischt? ne wahrscheinlich schießt er nicht schießt er natürlich auch die ganze Zeit das ist nicht blöd so war es ja nicht geplant warte mal so wir sind wieder da ja jetzt wir sind Ne, so nicht. Okay, den kriegen wir glaube ich so nicht, scheiße, natürlich sehr viele da, was machen wir denn da jetzt, wir werden ja natürlich beim nächsten Giftfall treffen, dann sind wir wieder vergiftet hier komplett, und da hoch kommt ich leider auch nicht, wo, dann ist auch noch einer, ach der ist runtergefallen, jetzt okay, dann kann ich natürlich zum Runterspringen, da oben schießt der auch die ganze Zeit auf uns, er trifft uns gar nicht von unten, und der da oben trifft uns auch nicht, doch, jetzt trifft er uns aber nicht, oder? Was ist denn das hier, mein Gott, wenn wir ewig beibleiben, kriegen wir nie gekillt, die beiden, okay, müssen wir einen anderen Weg finden, pass ab, wir konnten auch unten runtergehen, ne? Ne, können wir nicht, vielleicht können wir da runterhüpfen und den Dent platt machen, ich glaube, wir müssen hier über den Baum hoch, ne? Komm, wir hüpfen mal runter, los, oh nein, das war zu tief, shit, das war ja ärgerlich. Die müssen wir uns kurz wiederholen, die Sachen, die müssen wir uns kurz wiederholen, sonst, ähm, ja. So, nochmal da hin. Weil ist es ja auch gar nicht. Vielleicht gehen wir am besten gleich unten, unten, links. Naja, den nur Typen können wir unten, können wir auf jeden Fall, na okay, brauchen wir nicht. Ne, geht nicht, wir müssen doch hier längs, schalten. Also, die sind Moskilos, die gehen wir schon auf den Sack. So, gehen wir hier oben, links. Wenn wir unsere Sachen wiederholen, die sind ja auf jeden Fall weg. Hägerlich, war das denn gerade, ey? Ich bin schon genervt. So. Eher wirklich blöd gerade. Oh nein. Das war richtig dumm. Jetzt. Obwohl wir mal rollen sollen. Jetzt brauchen wir unsere Sachen noch nicht mehr wiederholen. Ich würde sagen, wir machen einfach beim nächsten Mal hier weiter. Denn jetzt merke ich gerade die Konzentration letzt nach. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.